hallo zusammen und zwar haben wir hier in dem gebäude noch mal ein nebenquest gefunden die wollte ich ganz gerne mit euch machen das geht jetzt hoffentlich relativ schnell die ganzen gespräche werden geskippt und ja genau hier sehen wir ihn das ist die nebenquest die ich meine die ganzen gespräche skippen habe ich ja schon gesagt damit wir hier relativ fix durchkommen und er braucht wahrscheinlich hilfe oder irgendwie ein buch nicht findet oder so wenn es gleich sehen oder war doch hören sehen so lesen werden was er nicht was der gute mann benötigt er braucht auf jeden fall hilfe das klar notizbuch sucht er bestimmt oder irgendwie sowas und das wird er ihm jetzt holen und auch nicht in quatschen direkt mit dem nächsten ich denke die nebenquest wird nicht lange dauern es gibt es gibt es gibt theoretisch könnte man auch das video jetzt anhalten um sich das ganze durchzulesen aber ich mache das jetzt nicht wir schauen einmal wie die quest heißt und hier gibt es nicht wirklich gute belohnung war naja dafür geht es wahrscheinlich schnell und den ruf brauchen wir sowieso ein von t in den norma ja ich weiß gar nicht auf welcher stufe habe ich denn mittlerweile 6 ob 6 oder 7 schon also wir werden hier wahrscheinlich einfach nur quatschen hier gibt es eher um den fundort der quest der rest ist denke ich einfach nur quatschen 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 mehr passiert hier nicht müssen wir jetzt nicht helfen irgendwas zu besorgen oder so eigentlich ja wir quatschen jetzt in stunden einfach nur durch die gegend mehr ist das hier nicht okay das werden jetzt vier minuten quatschen würde man das nicht skippen wäre man jetzt ungefähr bei 20 minuten oder so kann man machen aber nicht bei so einer quest also die ist absolut nicht entscheidend werden den guten mann nie wiedersehen bin ich mir ziemlich sicher das war es wahrscheinlich so hier das ist so eine quatsch quest es geht noch weiter es geht noch weiter wir müssen bis morgen warten dann tun wir das ganze acht uhr vier hast spuren und weiter quatschen wahrscheinlich aber die erste question erledigt das müsste jetzt noch eine andere sein gibt es ja bessere belohnung noch mal dasselbe und müssen wir jetzt hin quatschen skippen sprechen meine güte so ich meine schön dass man sich so viel mühe gibt mit so viel gequatsche aber das ist eher zeitgelegen soll ich sagen in content in die länge ziehen so wenn ich das mal diesen gequatsch was uns absolut nicht weiter bringt ich sag mal so ein rätsel hier zwischen mir schon gewesen jetzt zur abwechslung dann könnte man sich das auch geben mit dem durchlesen nur quatsch 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 irgendwann wird man auch kira im kopf ein bisschen kritik nebenbei und wir quatschen seit sechs minuten und noch mal quatschen jetzt mit der frau wir hatten wir noch nicht und wir müssen doch noch was besorgen wir müssen zum schmied und jetzt müssen wir wieder quatschen jetzt läuft er weg zurück das tun wir mal wir müssen wir müssen wir müssen und das ist es gewesen und es gibt noch mal neun abschnitt wir insgesamt drei abschnitte dann machen wir den auch direkt bis 8 uhr warten und die bücher die kann man gut brauchen definitiv zum level und ja wieder nächster abschnitt und weiter geht's überlegt euch das mal sind jetzt schon neun minuten also wird man das alles lesen stunde jetzt müssen wir uns einfach nur ein stempel holen so wie ich verstehe aber insgesamt neun bücher ist schon ok und 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 oh man das ist echt wahnsinnig das ist echt wahnsinnig wenn man das jetzt durchlesen wird was ist da mit dir passiert jetzt bist du einfach umgekippt überarbeitet wird ja immer mehr junge kann schon mal vorkommen bis zum nächsten mal ok und dann haben wir es abgeschlossen nein es geht noch weiter es geht noch weiter ok das machen wir jetzt im nächsten abschnitt separat würde ich sagen wir müssen jetzt einen Brief überbringen das waren die ersten drei Quests und ok ciao ciao bis zum nächsten abschnitt